Ernst Ludwig Kirchner, sein Handorgler in Mondnacht, ist in einem außerordentlich ruhigen Stil gemalt. Man hat ihn den Teppichstil getauft, denn wie bei einem Webteppich finden sich musterartige Wiederholungen und die waagerechten und senkrechten Formen sind stark betont. Nachdem er 1918 in die Schweiz gezogen ist, kommt er, nach Jahren der Krankheit und seelischen Zerrüttung, allmählich wieder zu Kräften. Kirchner erarbeitet sich die neue Umgebung mit künstlerischen Mitteln. Dieses stimmungsvolle Ölgemälde eines Handorglers in Mondnacht entsteht jedoch erst 1924. Während der Akkordeonspiele entspannt dasitzt, wirken die knienden Zuhörerinnen eigentümlich steif. So wie sie andächtig die Hände auf den Schoß gelegt haben, ähneln sie exotischen Holzfiguren. Kirchner begeisterte sich damals ganz besonders für die Kunst der Südseevölker. Er war stets darauf bedacht, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und nicht den Anschluss an die Avantgarde zu verpassen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!